Joooooo Leute, herzlich willkommen zu Minecraft LP und ja, wir spielen heute auf dem Server mit drei Leute Unsinn, ja, das müssen wir ja spielen heute mal auf GOMA HAPE ja mann und ja, wir... das ist... das ist immer dasselbe GOMA HAPE NET Ich keine Ahnung... ja Wir haben ja grad Endergames probiert, Endergames reinzukommen ohne Witz Boah, es sind hier viele Vips und... Und ich bin hier in Community Boah, warum leckt das grad? Uah Was ist hier gestanden? Hm... Boah, ich will's nicht stellen, ne? Aber wenn der Community... Egal Aber wenn der Community drin ist, ich glaub der kann nicht mehr rausfliegen, wenn ich mich nicht täusche ähm... Ja, das ist eigentlich logisch dass das hier steht Hey Leute, ich hab keinen Plan, warum das... Ich hab keinen Plan, warum das grad dazu ist, aber egal Ja, ähm... Grafiksfest... Hm... Ich kenn mich... also Leute, ich schick mir mal die perfekte Grafikeinstellung Ich kenn das noch nicht so... doch, ich kenn's schon, aber... Nicht so ganz... Nein, ich will kein Resort Kontakt der Kurs... äh... also... Kontakt... Kontakt... Nee, der Fox halt sollte glaub auf irgendwas... sowas bleiben... Hä, warum... Ich check's nicht, warum's grad leckt, aber egal... Lassen wir's mal... Meine Schwester telefoniert schon wieder... Hä? Hä? Tja... Also Leute... Dann wartet mal kurz... Bitte... Sehr... So, da sind wir wieder... Und ja, wir probieren heute mal... also... Wenn's wirklich so... übelst total... Hm... Ja... 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 Das ist... Echt... asozial... Ich ...check das, die man hier vorankommt... W journal Wenn ich hier... Ja, hier. Ja, klar, Junge. Ich hab's geschafft. Also, wenn... Wenn's jetzt grad nicht... Ist hier irgendwo Abgrund. Und ja, hier muss Abgrund sein. Nein, Slash-Lol. Ach, egal. Aber das Team-Dicham ist sowas von einfach. Ich zeig's euch mal. Das ist... Da könnt ihr euch mal so schlau machen, wie das so geht. Also... Also, es ist relativ einfach. Immer auf dem Block springen, der... Also, der am... Also, knapp neben dir ist. Also, nicht der ganz weit weg ist und so probieren. Ja, das schaff ich nicht und so. Und das ist das. Das geht ja noch viel weiter. Tja. Lololololol. ja das ist aber wenn man es nicht mehr schien und machten können das ist richtig also das ist die zum sporn Junge ich möchte nicht mehr was soll es gar nicht das geht um die Zeit glaube ich mal was ist wenn man da runter springt so leute jetzt jetzt müssen sie sich noch mal kurz zu warten die Leute also meine Schwester ist untergekommen und hat gesagt ich muss essen also ja hätt ich gesagt ja dann war es eine kleine Folge und ja was probiert schafft man das ja der hat sie geschafft tja ja meine lieben Leute es bleibt geschmeidigt und ja dann hätte ich gesagt jetzt äh willkommen zum ja nicht willkommen äh ja dann bis zum nächsten Video und ja wenn euch das Video also ich hau ich hau die zum Mod rein und ja wenn euch das Video gefallen hat gebt eine positive Bewertung und ja dann hätte ich gesagt tschau Leute und bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss